Vor kurzem spricht Schauspielerin Wolke Hegenbart einigen Müttern aus der Seele und gibt gleichzeitig tiefe Einblicke in die erste Zeit mit ihrem Sohn und Partner Oliver. Seit 2019 ist der kleine Avi Teil ihres Lebens, ein Geschwisterchen für ihn kommt aller Voraussicht nach nicht in Frage, wie die 42-Jährige gegenüber dem Spiegel deutlich gemacht hat. Inzwischen gehe es ihr zwar wieder, Zitat, bestens, doch habe sie noch lange am, Zitat, Trauma des Schlafentzugs gelitten. Für ihre Offenheit erhält Wolke viel Zuspruch, jetzt hat sie sich einen Abend lang eine kleine Auszeit von ihrem Mama-Dasein gegönnt. So besucht die Schauspielerin die Marie-Antoinette oder Kuchen für alle Theaterpremiere in Berlin und hat hierzu eine ganz besondere Begleitung mitgebracht, die wir sonst nicht so oft zu Gesicht bekommen. Ganz innig posiert Wolke mit ihrer Mama Gabi für die Fotografen und die Ähnlichkeit der Hegenbart-Frauen ist unverkennbar. Ganz casual gekleidet und mit einem natürlichen Look könnte das Mutter-Tochter-Duo nicht mehr von innen heraus strahlen. Und beweist, so eine kleine Auszeit vom Alltag bewirkt manchmal Wunder.